ja was geht ab laude und herzlich willkommen zu diesem video ganz kurz bevor das video startet das ist ein älteres sparring das habe ich ungefähr vor zwei wochen zwei wochen zwei wochen zwei monaten zack digga vor zwei monaten habe ich das ungefähr aufgenommen in wien ich wollte die szenen allerdings nicht verschwenden wisst ihr so und ich hatte die woche mega wenig zeit irgendwas anderes aufzunehmen weil ich jetzt ja auch nebenbei arbeite noch und dreimal am tag trainiere so dass der trainingsplan sich umgestellt mega wenig zeit für andere dinge ich glaube ich habe ein paar szenen davon schon verwendet für das video wie trainieren die profis ich werde solche oma verlinkt noch nicht gesehen habt durch das auch gerne rein ich habe jetzt wie gesagt nicht geschaut welche szenen ich da reingeschnitten habe ich habe einfach das ganze sparring jetzt genommen und kurze szenen zusammengeschnitten nicht zu viel freunde es geht nur drei minuten glaube ich von da zieht euch gerne rein wie gesagt ich habe schon ein paar ideen für so für die nächsten wochen aber ich denke mal in nächster zeit bis sich der trainingsplan umgestellt hat und so wird es erst mal nur ein video die woche kommen aber freuen ich habe weiterhin bock drauf und ich muss mich auch beeilen denn ich muss in zwei stunden wieder training geben und dann wieder beim training sein ich muss das video jetzt noch verdammt noch mal schneiden und deswegen sollte ich mich verdammt noch mal beeilen freunde eine Minute haben wir schon auf der uhr deswegen würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video erstmal ganz viel spaß mit dem video wenn ihr mich noch nicht abonniert habt freunde dann macht das gerne und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video haut rein bis zum nächsten mal Leute tschüss Digga absolut gestresst Junge bis zum nächsten mal Ja! Ja! Outro 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 Outro